Ja, mach mal das halt dreimal. Ja. Käse, komm her. Das ist eigentlich voll einfach die Stelle. Da muss ich bis zum Rand laufen. Geht es? Ja, ich sehe es. Hey, läuft schon komisch, die Maus? Jetzt frutzt er auch noch. Marvellous. One Maus should just about do it. Das sag ich auch. Fette Maus. Ja, man sieht's ja. Die Musik ist so toll. Das ist ein richtiger Ohrwurm. Und dann kann man es auch schon. Aber wir müssen hier noch viele andere Pests machen. Wir kommen jetzt erst mal noch in die Bahn rein. Mit dem Farbeimer und so weiter. Die sehen wir ja gleich. Das ist so toll. Der hört mich jetzt irgendwie ab. Oh no, I think I'm not too much. Oh no, I couldn't have lost in a moment longer there. Thank you very much, Mr. Squill. Now, there's something real neat inside that barn. You just got to get in there, Sonny. Aber wo ich noch vorher hin muss, oh? Weil dieses Spiel ist ja eigentlich noch viel, viel schlimmer als... Es ist ja noch gar nicht schlimm. Es gibt ja nämlich auch sexuellen Content. Ja, hier. Ach, das geht noch nicht? Okay. Ach so. Das ist eine blöde Blume. Ja, die Blume hat nämlich Brüste. Große, große Brüste. Beziehungsweise das Geld, was nach mir schreit. Ich will auch mal, dass Geld nach mir schreit. So, jetzt gehen wir erst mal in die Bahn rein. Was noch nicht geht. Ah ja, genau, ich weiß es. Ich muss erst hinter ihn springen, oder ne? Ja, genau. Ich muss wohl springen. So, jetzt gehen wir erst mal in die Bahn rein. So, so klar. Schaffst du es. Ja, jetzt gehen wir erst mal in die Bahn rein. So. Ah, Geld zu zerstören. So, das ist ein bisschen im Regen. Oh, hang on. Ah, wir könnten jetzt ja in das Scheiße aus rein. Ja. Ja. Hey, 10 Uhr. 10 Uhr. Oh ja, ich erinnere mich. Aber das machen wir später erst. Das können wir später machen, ja. Wir können es sogar später auch erst womöglich fertig machen, weil wir erst nach der ganzen Quest 3 hier schwimmen können. Oder wir werden später in den Dimpfiff rumtauchen. Mein Traum. Ist ja alles Schokolade. Ja, ja. Du musst einfach nur einbilden, dass es Schokolade ist. Genau. Du kannst doch deine Experimente essen. Also, ich probiere es jetzt nicht aus. Ja. Mousse au Chocolade. Shit. Das war ein Fail, du. Okay. Hoi. Hey, you over there. Hm? Yeah, you. Apparently there was something real neat inside this barn. I can't quite see myself, unless I call some guys jumping around, stinking a horse poo is real neat. Which, uh, craft it isn't. This is pretty neat. Der hat mich eingesperrt. Oh nein. Jetzt richtig. Das Vorhängeschloss fehlt noch. Hey, Frankie. I think there's a little fire over there. Just coming in through the door. I think it's your turn to kick us. Is it your turn? Is it his turn? Yeah, yeah. I think it's his turn. Frankie, go and kick his ass. Go on. Go on. Kick his ass. I don't hear you kick his ass, but it's always my turn to kick my asses. Frank, just get over there and kick his ass, Frankie, for f***ing sake. Yeah, yeah. Go over there and kick his ass. Somebody's got to kick his ass. It ain't going to be me. I'm a rock. Yeah, you don't kick ass. Well, I'm a paint bot anyway. I'm a f***ing paint bot. Go and kick his ass. Okay, I'll kick his ass. I'm not going over there. He can come over here. Okay, okay. Hey, here it comes. Quick, quick. Yeah, do we need to think fine, right? Yeah, let's get over there. Let's get our asses kicked. What the damn diddly squad are you doing in my barn? Well, I never. It's a talking pitchfork. Nothing around here, are you, boy? No, I'm from the 21st century. I don't rightly recollect like in your type. Therefore, I conclude that I is going to kick your butt all around this barn like there's no tomorrow. I is going to stick my big foot right in you. Were your parents related like before they were married? Oh, no. That's it. I is going to give you a weapon. Here we go. Here we go. I like that. I like you now, boy. You're a big fan. Come here. Come here. Yeah, the two of them. Ja, das läuft ja ganz gut. Krass noch. Sack, der ist schwer. Jawoll. Ja. Oh ja. I've seen some kickin' ass in my time. And that is the shittest, crappiest, shittest kickass I've ever seen. Yeah, that is pretty crap. As kickin' ass goes, it was abysmal. And you is a shittest bastard, stupid bastard. Isn't he, yeah? Yeah, he sure is. So, what are you gonna do now? Kill yourself? Cause that's what I recommend. Yeah, you should kill yourself. And Matt, we got a rope right here. Have we got a rope? Yeah, we got a rope. There you go. What kind of friends are you? In that case, I'm just gonna kill myself. I'm gonna kill myself right now. That's all there is to it. F*** you. What are you doing? You stupid bastard. You stupid bastard. You stupid bastard. You ain't got a neck, are you? You ain't got a neck, are you? You ain't got a neck, are you? I already said that. Shut up. Okay. I don't believe this. I don't appear that I have a neck in the description. In fact, I ain't got an esophagus. Oh, it'll die damn. Ice is gonna be up here for some time. So. Okay. Noch eins. Oh, it's got two. Ich hau dich an. Sehr schön. So. So. Superb. So. My nemesis. Is defeated. Yes. It's me again. Time. Time to wander around. Aimlessly. Boots. Boots. Boots war der erste Endgegner. So. Jetzt holen wir uns erstmal kurz den Biening. Ja. So.